Die Beta zu AFK Journey ist gestartet, ihr könnt es auch schon im Hintergrund sehen, ich befinde mich da jetzt gerade im Lockscreen, ich gehe da jetzt noch nicht rein, da ich euch jetzt erstmal ein paar Infos zu dieser Beta liefern möchte. Falls ihr euch jetzt nicht unbedingt für die Beta interessiert und wie man das Ganze downloadet, könnt ihr einfach vorspuren, ich setze euch da nochmal so einen Zeitstempel unten in diese Videoleiste und da könnt ihr euch dann gleich das ganze Gameplay und die ganzen Neuerungen, die diese Beta jetzt mit sich gebracht hat, anschauen. Dann zuerst einmal, diese Beta ist auch wieder eher eine Closed Beta, würde ich jetzt einfach mal sagen, es gab ja vor einem halben Jahr schon mal eine. Das Ding an dieser Beta ist erstens, dass die Spieleranzahl begrenzt ist, man weiß jetzt nicht wie viele Spieler, ich gehe aber davon aus, dass man jetzt heute und morgen auf jeden Fall noch reinkommt, ich habe jetzt noch nichts gehört, dass das ja Closed ist. Eine geile Sache an der Beta ist, dass den Speicherstand, den man hier erreicht hat, also alles was man jetzt in der Beta erreicht, tatsächlich auch bis zum Release gespeichert wird. Das heißt, wenn ihr euren Account verknüpft und so weiter, dann könnt ihr, ja, wenn das Spiel rauskommt, hier weiterspielen. Das heißt, wenn das Spiel dann offiziell irgendwann rauskommt, da steht jetzt leider noch kein Datum fest, wird dann alles gespeichert, was ihr in der Beta erreicht habt und könnt dann zum Release dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt. Nur das Problem an dieser Beta ist, dass es nur in, ich glaube, fünf verschiedenen Ländern offiziell verfügbar ist, zumindest die Google Play Version und zwar in Malaysia, Philippinen, Australien, UK und Kanada. Das waren, glaube ich, die fünf Länder gewesen und da haben wir halt auch schon das erste Problem und zwar zeige ich euch jetzt hier einfach mal die Internetseite. Den Link dazu habe ich euch auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung gepackt, also man hat hier einmal diese Windows-Version, da kann man über jedem Land drauf zugreifen. Da habt ihr jetzt gleich auch das Gameplay, wo ich dann drüber spiele und dann hat man halt diese Google Play Version. Das ist die Version, wo man nur über fünf verschiedene Länder Zugriff drauf hat. Das Problem ist aber, dass man, wenn man auf Windows spielen möchte, einen Account erstellen muss über Google Play und sich dann darüber auf Windows einloggen kann. Das ist halt ein bisschen kompliziert. Ich habe es mit einer APK gemacht, ihr könnt es gerne auch versuchen, vielleicht klappt es auch mit irgendwelchen VPNs oder so. Ich bin da leider nicht der Experte drin, aber nur damit ihr da auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst, dass man das Ganze so gesehen ja erst irgendwie über eine VPN oder sonstiges erstmal herunterladen muss. Das ist das auf jeden Fall schon mal dazu. So, wir sind hier jetzt im Spiel und falls ihr das dann runtergeladen habt, ihr seht es, dann habt ihr hier links oben euren Avatar. Falls ihr dann über der Google Play Version das Ganze spielt, über die normale AFK Journey Windows-Version, kann ich euch jetzt schon mal sagen, das Spiel fühlt sich tausendmal flüssiger an. Die Grafik ist auch viel geiler und so weiter. Da geht ihr dann einmal hier oben drauf auf Einstellungen, Adders und geht dann auf euren Account. Ich kann jetzt leider nicht drauf gehen, sonst sieht man meine E-Mail-Adresse und könnt euch da verknüpfen und euch dann über Windows anmelden. So funktioniert das Ganze. Also, die Beta ist auf jeden Fall deutlich besser, das habt ihr im Titel stehen. Jetzt nicht unbedingt, was die Installation und so angeht, aber das Game an sich ist halt sehr, sehr geil und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit der ersten Änderung, die ich für mich persönlich hier entdeckt habe. Und die ist tatsächlich auch bei den Punkteinstellungen und zwar bei der Qualität. Ihr könnt es hier unten sehen, man kann die FPS einstellen, entweder auf 30, 60 oder tatsächlich Unlimited. Ich habe sie jetzt auf 60 eingestellt, weil ich nur einen 60 Hertz Monitor an meinem PC habe, deswegen macht es ja keinen Sinn, auf Unlimited zu gehen. Aber es gibt ja mittlerweile viele Handys, die 120 Hertz unterstützen, das heißt 120 FPS. Und wenn das Spiel dann irgendwann offiziell rauskommt, ist das auf jeden Fall schon mal eine richtig, richtig geile Sache, dass das Spiel dann in 120 Hertz läuft. Falls man einen 240 Hertz Monitor am PC hat oder so, wird das, denke ich, auch mal auf 240 Hertz laufen. Ich habe auch gehört, dass man das auf dem PC im Querformat spielen kann. Ich weiß jetzt leider noch nicht, wie das genau geht. Vielleicht finde ich das nochmal heraus und dann kann ich da in den nächsten Tagen dann auch nochmal ein Video zu hochladen. Also das auf jeden Fall hier erstmal zu den ganzen Einstellungen. Es gibt aber noch viel, viel mehr und zwar, ja, würde ich sagen, ihr kennt das Spiel ja an sich. Ich habe da schon mal zu der ersten Beta ein Video zugemacht, so qualitätstechnisch und so sah das auf jeden Fall alles viel schlechter aus. Ich weiß, die Grafik ist jetzt immer noch nicht die beste, aber ich würde sagen, dass sich das schon, ja, so ein bisschen verbessert hat. Man hat halt hier die ganze Map und sowas und die erste Änderung, da würde ich sagen, gehen wir auch schon mal direkt erstmal auf dieses mythical Haus und zwar auf die noble Taverne. Und hier haben wir eine richtig coole Änderung. Erstmal haben wir jetzt nicht mehr diesen einen Raum, wo man hier Helden beschwören kann, sondern es gibt tatsächlich auch schon direkt einen zweiten Raum. Und hier sind die Prozente auch ein bisschen besser. Also Epic Heroes zieht man hier zu 5,22%. Elite Heroes, also die lilanen, zu 15%. Und wenn man das jetzt, ja, vergleicht mit dem anderen Raum, sind die hier nur zu 1,65%. Die sind zwar ein bisschen höher, aber Epic Heroes bekommt man im anderen Raum deutlich mehr. Und was richtig geil ist, das gibt es hier jetzt nicht, aber in dem normalen Raum gibt es hier auch tatsächlich mittlerweile eine Wunschliste. Finde ich auch richtig geil. Hier kann man zwei Epic Heroes reintun und drei Elite Heroes. Also zum Beispiel einen Roven habe ich hier reingepackt, Brutus, Viktor und so weiter. Also ihr könnt ja die Helden sehen, die ich da reingepackt habe. Ein paar kennt man von AFK Arena. Eine Satrala unter anderem haben sie jetzt mittlerweile auch reingemacht. Mittlerweile übrigens, das Game heißt auch nicht mehr AFK 2 Journey, sondern einfach nur noch AFK Journey. Finde ich persönlich einfach ein bisschen cooler, auch einfach so zum Aussprechen. Dann kommen wir weiter zur nächsten Änderung und zwar betrifft es hier die AFK Belohnungen. Die hatten wir ja auch schon in der normalen Beta. Ihr könnt es sehen, ich habe mich jetzt hier heute auch noch gar nicht eingeloggt. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal. Auf jeden Fall können wir das hier alles einsammeln. Ist ganz nice. Es gibt auch die Instant Belohnungen. Das kennen wir auch aus AFK Arena. Das kann man einmal pro Tag gratis machen. Aber ihr seht es hier unten schon eingeblendet. Es gibt die AFK Challenge und das erinnert mich so ein bisschen ans Kapitel. Ich kann jetzt leider noch nicht weitermachen, da ich erst noch ein paar Quests erledigen muss. Auf jeden Fall kann man hier so an Stages voranschreiten und je nachdem, wenn man den Gegner dann besiegt, bekommt man mehr AFK Belohnungen. Das heißt mehr Gold, mehr XP, mehr Staub. Ihr könnt auch hier oben drauf gehen auf den Gegner und könnt euch ansehen, was für ein Gegner-Team da drin ist und welche oder beziehungsweise wie viele AFK Rewards man dann mehr erhält, wenn man die einzelne Stage besiegt hat. Ich bin hier jetzt gerade aktuell bei 1.11. Wie gesagt, ich muss hier ein paar Quests abschließen, damit ich hier weiterkomme. Ich muss in dem Fall jetzt hier diesen Gate-Boss, sage ich einmal, besiegen und dann seht ihr es hier auf der Karte schon eingeblendet. Habe ich hier weitere Quests und damit kann ich dann höchstwahrscheinlich die AFK Belohnungen weiter pushen. Dann kommen wir direkt zur nächsten Änderung und zwar haben wir hier den Punkt Gilde. Es gibt jetzt auch Gilden hier in diesem Game und das finde ich auch ganz nice. Man kann hier in seiner Gildenhalle rumrennen. Hier gibt es so eine Display-Wall. Ich glaube, das sind die Vertreter oder die Gildenmeister von der Gilde. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Die kann man sich hier zum Beispiel anschauen. Man kann ja aber auch weiter rumrennen. Dann gibt es hier so ein Battle Drills. Das ist jetzt noch nicht freigeschaltet. Das ist dann immer Monday, Tuesday am Dienstag ist es dann so weit. Da kann man dann weitere Kämpfe machen. Hier kann man dann noch hochgehen. Dann gibt es hier so eine Name-List. Die gibt es aber auch hier unten in der Ecke. Kann man rein theoretisch draufgehen. Dann sieht man hier den Gildenleiter und alle anderen Leute, die sich hier eben in der Gilde befinden. Also das auf jeden Fall echt ganz nice. Das sind so die ersten drei Punkte, die es jetzt hier in der Gilde gibt. Man kann hier aber auch, was ich ganz nice finde, hier rumlaufen. Und ich glaube, dass man hier auch, wenn sich andere Gildenkameraden hier dazu entscheiden, hier in der Gilde rumzulaufen, dass man die dann halt auch sieht. Weil in dem normalen AFK-Journey, ihr seht jetzt hier zum Beispiel dieser Sanctum, keine Ahnung, das ist halt einfach ein Online-Spieler. Und das ist auch einer der Sachen, die ich richtig geil finde an dem Spiel, dass man hier auch andere Online-Spieler sieht. Jetzt gerade habe ich hier so diesen kleinen Vorführeffekt, wo man keinen anderen sieht. Aber wobei, hier steht noch einer. Man kann natürlich auch mit denen interagieren, als Freund hinzufügen, sein Profil anschauen. Man kann denen auch eine Nachricht treiben und so weiter. Er hat sich gerade hier hingesetzt. Das weiß ich leider jetzt nicht, wie das geht. Vielleicht muss man aber auch einfach nur lange genug AFK rumstehen. Also, wie gesagt, das finde ich schon echt mega, mega geil. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Die finde ich auch ganz nice. Ich weiß nicht, ob es das schon in der ersten Beta gab. Und zwar als Beispiel habe ich jetzt hier einen Helden auf Level 36. Und hier habe ich die Heldenresonanz. Die ist jetzt aktuell auf Stufe 30. Ihr kennt das ja aus AFK Arena. Die fünf höchsten Level, also Heldenlevel und so weiter, bla, bla, bla. Aber was ganz nice ist, man kann hier rein theoretisch auf die Feder gehen. Dann hat man hier seine Heldenresonanz. Als Beispiel wähle ich jetzt Satrana aus und kann die hier einfach tauschen. Und die wechseln sich vom Level her. Und das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr cool finde. Weil wenn man am Anfang irgendwie die falschen Helden levelt oder so, zumindest jetzt erstmal nur vom Level, nicht von der Aufstiegsstufe her, kann man die dann halt im Nachhinein einfach so tauschen. Das finde ich richtig, richtig geil. Hier gibt es dann auch solche, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Elder Tree. Man hat hier Support, Ranger, Magier, Krieger, Tank und so weiter. Und hier muss man dann nicht einfach irgendwelche Sachen leveln, sondern es geht hier einfach nur um die Ausrüstung, die dann auf jeden einzelnen Helden draufgepackt wird. Hier gibt es noch so einen Punkt Gem. Keine Ahnung, ist jetzt anscheinend in der Beta noch nicht so weit. Dass das hier am Start ist, aber zum Full Release wird das dann auch möglich sein. Ich würde sagen, ich habe jetzt diesen Gateboss, da bin ich gestern nicht dran vorbeigekommen, aber dadurch, dass ich jetzt 11 Stunden AFK war, glaube ich, dass ich meine Helden jetzt erstmal genug leveln kann, somit, dass ich den dann besiegen kann. Ich würde sagen, ich packe jetzt auch hier erstmal die Heldenresonanz auf Level 31, damit ihr auch erstmal so ein bisschen anschauen könnt, wie das Ganze jetzt hier vom Level her aussieht. Es läuft auf jeden Fall auch alles viel, viel flüssiger, wie gesagt, als in der ersten Beta. Das macht halt wirklich mega Spaß, hier das Game zu spielen. Dann gucken wir mal, okay, Lucius packen wir jetzt leider nur noch auf Level 33 und dann können wir ja jetzt hier einfach mal auf den Gegner gehen und den einfach mal attackieren. Es gibt auch bei verschiedensten Kämpfen ab und an mal irgendwelche Mauern, die dazwischen sind oder so, wo man dann seine Helden optimal positionieren muss. Das ist auch so eine Sache. Das ist jetzt aber nicht bei jedem Kampf. Ich hoffe einfach mal, dass ich diesen Kampf jetzt schaffe, dadurch, dass ich jetzt meine Helden ein bisschen leveln konnte. Aber an sich auch diese Kampfanimation und so, das läuft alles relativ flüssig. Diese Cetia, sage ich mal, das ist mein erster legendärer Held, würde ich einfach mal sagen. Ihre Ulti ist auch ganz cool, da spawnt irgend so ein Typ einfach in der Mitte. Und da würde ich sagen, wenn das durch ist, ist dieser Kampf hier auf jeden Fall geschafft. Da unsere anderen Helden, zum Beispiel so eine Mirael, die auf jeden Fall genug an Damage anrichtet, da jetzt durchkommen. Da lebt Lyka jetzt noch am Ende. Und was ich auch ganz nice finde, ist, ich habe es jetzt hier auf automatisch laufen lassen. Man kann die Ultis auch manuell spielen, also wie man sie einsetzt und auf genau welchen Helden und so. Das ist auch so eine Sache. Vielleicht kann ich euch das gleich nochmal zeigen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier eine neue Area unlocked und zwar Stage 1, ja, 22. Jetzt kann ich hier weitergehen. Und ja, mal schauen. Also hier sind dann weitere Online-Spieler, weitere Gegner. Also wie gesagt, man hat halt hier dann auch Missionen, die man abschließen muss. Und dadurch, dass ich halt jetzt eben diesen Boss gerade besiegt habe, kann ich jetzt auch hier wieder zurück auf diese AFK-Challenge das Ganze battlen. Und ja, ihr habt es gesehen, ganz normaler Kampf. Und dann, wenn ich diesen Gegner besiege, was ich auf jeden Fall von der Kampfkraft her schaffen sollte, ich kann es euch jetzt hier auch nochmal kurz zeigen mit den manuellen Ultis. Bei dieser Zetia werden wir es jetzt eigentlich sehen. Also man muss dann auf diesen Helden draufdrücken, das hochziehen. Und ihr könnt es sehen, die Autos, also die Ulti, ich kann jetzt platzieren, wo ich will. Also natürlich wird das höchstwahrscheinlich nicht bei jedem Helden gehen, aber die hat dann, ja, sag ich mal, so einen Crowd-Control-Effekt. Und wie gesagt, dieser Typ, der das spawnt. Und das finde ich ganz cool. Ich bin mal gespannt, wie sich das im Late-Game in diesem Spiel, sag ich mal, entwickeln wird, ja. Wie wichtig so ein manuelles Gameplay sein wird oder ob man das dann doch lieber auf automatisch laufen lassen sollte. Wie gesagt, muss man einfach mal schauen. Den Kampf habe ich jetzt hier zum Glück, ja, auf jeden Fall easy bestanden. Also ja, das auf jeden Fall, sag ich mal, so die ersten Infos zu der Beta. Wie gesagt, ich werde das Game hier auf jeden Fall noch weiter antesten. Es gibt natürlich auch hier dann Belohnungen, die man einsammeln kann, nachdem man Gegner besiegt hat und so weiter. Das hier ist jetzt so ein bisschen Storyline. Das, ja, skippe ich mal lieber. Ich möchte da natürlich auch niemanden von euch spoilern. Hier gibt es mehr Gold und so weiter. Ich muss sagen, das Game, die Beta, macht mir auf jeden Fall schon deutlich Spaß. Man muss die einzelnen Gegner auch nicht immer angreifen. Man kann da auch vorbeilaufen. Das funktioniert nicht immer. Hier ist zum Beispiel wieder ein anderer Online-Gegner. Natürlich gibt es halt hier wie gewohnt die Mini-Map. Die Area habe ich jetzt hier unlockt. Und wenn jetzt, sag ich mal, hier irgendwelche Sachen auf dieser Map verteilt sind, wie zum Beispiel diese Belohnung hier, dann kann man da einfach draufgehen im Weg. In diesem Fall ist der Weg jetzt blockiert, weil er höchstwahrscheinlich einen Gegner vorsteht. Aber als Beispiel der Gegner hier, dann kann man einfach draufklicken und ihr könnt da automatisch hinlaufen. So, und eine Sache, die ich euch auch noch zeigen wollte, und zwar würde ich sagen, suche ich dafür jetzt nochmal einen Gegner. Ich glaube, hier oben war einer gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar, euer Charakter, der hat nämlich auch Skills, die man benutzen kann. Okay, hier ist ein weiterer Gegner. Und zwar könnt ihr es hier unten sehen, sind jetzt hier erstmal die ersten beiden Skills. Ihr könnt es euch ja gerne durchlesen. Es steht jetzt hier leider alles auf Englisch, übrigens in der Beta. Die Sprache ist leider nur entweder Englisch oder Chinesisch, was man sich so aussuchen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, euer Charakter, der hat halt auch nochmal Skills. Und das finde ich auch ganz cool. Ach ja, und eine Sache, die ich euch auch noch sagen wollte, dadurch, dass die ganzen Fortschritte hier gespeichert sind, gibt es jetzt hier auch den Punkt Trolley. Trolley, wie auch immer. Das heißt, man kann auch mittlerweile sogar In-Game Käufe hier in dieser Beta durchführen. Man kann sich Diamanten kaufen oder so Recharge-Kristalle, die man zum Beispiel dann im Shop ausgeben kann. Hier gibt es so einen Beginner-Perks-Bundle, wie auch immer. Also da ist es auf jeden Fall safe, dass halt jeden, oder beziehungsweise den Fortschritt, den man hier in der Beta hat, der wird auf jeden Fall gespeichert. Jetzt ist hier so ein Online-Spieler, der gerade höchstwahrscheinlich mit mir interagiert. Ich finde es cool. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Beta oder generell einfach zu dem Game in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Macht es bis dort dann auf jeden Fall gut und ciao. So, mal gucken, crazy heißt der. Mal gucken, ob der mit mir interagiert hat und mich geedit hat. Das fühlt mich mal, ja, perfekt, da ist er sogar, hat mich interagiert. Und übrigens, falls ihr euch die Beta downloadet, schreibt einfach in den globalen Chat rein, at me, da seht ihr es. Ihr bekommt auf jeden Fall genug Anfragen, damit ihr auch hier zum Beispiel Freundespunkte oder Sonstiges verteilen könnt. Da gibt es dann auch immer Belohnungen von. Das ist dann auch immer noch ein Problem.